Die Snow Girls sind heute wieder hier in Action. Es ist Zeit für den dritten Ferien Stadelkampf. Immer geradeaus. Nur keinen Schwung machen. Es wird mir zu schnell befürchtigt. Bei diesem nassen Schnee sind Schwinge nichts Besonderes Gutes. Unbedingt geradeaus und mit den Stöcken gerade. Einfach so. BALLSHIT! I CAN'T HEAR YOU! BALLSHIT! 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 BALLSHIT!